Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Heute spielen wir mal was ganz Neues. SOS Afmalaam. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel kennt, Freunde. Dieser Song war SOS Afmalaam. Mehr weiß ich nicht, aber Kalle und Odoman können es auswendig. Zieh die Stimme raus, doch. Pass gut auf. Auf jeden 17. Afmalaam. Wenn sie fallen, ist André Dick. Genau. Die Community ist am Start und ihr habt gerade schon gehört, wer auch dabei ist, Freunde. So, Odoman, Kalle, wir müssen zuerst reingehen. Oh yeah. Ich wollte gerade sagen, du wirst so ein Community-Dings, weil du hast so ein Community-Skin-Contest. Du wirst so ein Community-Skin-Contest. Okay, kommt rein. Dann erkläre ich euch einmal die Map, Friends. So, ihr müsst kurz warten in der Lobby. Ich will es einmal erklären. Wir haben hier natürlich diese Stäbe, die wir rausziehen können, Friends. Und das Ganze ist so, ganz oben sind die Community-Member, die sich nicht bewegen können. Und wir müssen die Stäbe rausziehen. Und der, der verursacht, dass die Leute ganz unten landen, kriegt sozusagen Minuspunkte. Und am Schluss machen wir ein Fight. Also, oben ist es eigentlich egal. Wir können uns sogar gegenseitig sabotieren. Man könnte sagen, okay, ich ziehe extra den Stab raus, wo ganz viele runterfallen. Könnte aber auch wieder in die Gegenrichtung laufen. Dementsprechend, Jungs, seid ihr ready? Dann lasse ich die Affen reinfallen. Also, die Affen sind in dem Sinne, die kommen die Community, aber nur in der Aufnahme. Ich will hier niemanden beleidigen. Okay, ready? Go. Boots. Und, hier könnt ihr jetzt sehen. Bam, der Airdrop platzt. Und die Leute fliegen rein mit ihren Gleitern, alles drum und dran, Friends. Und, hier seht ihr... Oh, da haben mal die Gefettfingern, aber es ist okay, es ist okay. Polly ist schon in der Mitte. Hä, wie wild. Okay, geil. Ähm, ich würde sagen, Kalle, du darfst den ersten Schritt machen. Okay, gleich. Was ist deine Taktik, Digga? Ich will viele wie möglich runterkriegen, um euch zu ärgern. Einer runterkriegen. War mir nur heist. Guck mal. Und du hast gehört, er will uns direkt ärgern. So ein Ding. Ja, so ein Ding. Wollte mal halt so, mal gucken, ob man zusammenarbeitet. Wir könnten unten alles wegmachen, dass wenn Kalle aufmacht, alle runterfallen. Bei dem Spiel ist es natürlich so, also in dem echten Spiel ist der Polymer-Klimmer. Man darf nur oben, bis alle weg sind. Ah, okay, okay, okay. Dann ziehe ich natürlich den raus, wo keiner steht. Und das sollte eigentlich dieser Gelbe hier sein, André. Ja, würde ich auch sagen. Süne Pü. Oh, einer. Oh, oh, oh. Oh, Digga, ey, ist das Zufall, dass die beiden Fluffy-Skins auf derselbe Ebene sind? Ich glaube nicht. Das war geplant, Bro. Ihr seid zueinander geplant gemacht. Geplant? Geplant. Digga, weil du die womit auch geplant gesagt hast. Okay. Okay, André. Ich ziehe irgendwas raus, Mega. Ich gucke mich hin. Jo, einer. Oh, nur einer, aber nur einen Schrockwert runter. Okay. Bisschen langweilig für die Community, weil die dürfen nur rumstehen und können auch nichts anderes machen, außer sich ein bisschen drehen, Freunde. Die haben es verdient, André. Oh, man kann sich ducken auf Ehrenbasis, hm. André sagt, du... Paar Leute sind AFK gegangen, Freunde, das habe ich denen aber vorher gesagt, das dürfen die. Okay, tu's, Kalle. Du kannst den bei der Schreie einfach weitermachen. Ah. Boah, ehrenlos. Wow. Noch einer ist da unten bei den Fluffis. Ganz unten, Bro. Der ist noch weiter runter. Noch weiter runter, okay. Dann mache ich den Five-Head-Move. Ey, ich war dran, du Ehrenloser. Warte mal. Oh mein Gott. Ist er komplett runtergefallen? Auf die letzte Ebene. Warte, warte. Oha, ich habe so Glück gehabt, Freunde. Das fällt mir so ein erster Minuspunkt, um zu sagen. Wenn jemand runterfällt, sieht man das hier in diesem komischen Kasten, wo die dann drin sind. Ja, oder? Ist er bereit? Ich habe den Ehrenlosen hier. Das Ding ist, es können halt welche echt komplett runterfallen direkt. Ist er bereit? Du bist du es. Zwei, eins. Ich kann nicht rausziehen. Vielleicht andere Seite? Ich kann das jetzt nicht tun. Bei mir, bei mir. Du kannst das jetzt nicht tun. Ich mache das für dich. Ich habe es rausgezogen. Zum letzten. Genau, genau. Hä, wie cool. Okay, 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 okay. Schwierige Angelegenheit, Freunde. Ganz schwierige Angelegenheit. Aber Kalle ist sowieso dran. Wieso schwierige Angelegenheit? Ich bin dran. Ja, wollte gerade sagen. Oh. Oh. Kalle hat Angst gekriegt. Ja, ja, er hat gemerkt, dass wir ihn direkt bei einmal runterziehen. Wenn ich jetzt ehrenlos bin, mache ich den Orangen raus hier. Aber es kann auch nach hinten losgehen. Ich traue mich nicht. Nee, 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 nee. Ich mache den einfach. Da kann nichts passieren. Okay. Dann mache ich diesen Orangenen hier. Da kann auch nichts passieren. Ich kann nicht mehr spielen. Feierlich, Friends. Ich kann nicht mehr richtig spielen. Danke. Okay, wir müssen jetzt für Odemann nicht mehr richtig spielen. Ich mache den grünen einfach. Ich mache für dich immer mitmachen. Ach so, ach so. Ich mache den lilanen. Safe, safe, safe. Oh. Oh mein Gott, Kalle zieht alle raus, Digga. Nee, Odemann. Odemann zieht alle raus. Ich mache für dich, Odemann. Okay. Mach. Nix passiert. Nix passiert. Nix passiert. Alles ist auf der zweiten Ebene. Alles ist auf der zweiten Ebene. Boah, sehr stark, Friends. Okay. Kalle, what do you take? I think, ich gehe auf den grünen hier. Ja. Okay. Lief gut. Interesting. Interesting ist es, my friend. Dann nehme ich den hier. Bei mir ist Nachteil, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, weil ich so extrem hohe Grafik habe. Das spiegelt sich extrem alles in alles. Als würde man in ein Wasserglas reingucken. Also manche Stangen sind bei mir immer so abgebrochen. Ja, okay. Das ist aber, das macht ein bisschen schwerer, ist eigentlich ganz geil. Bitte einmal den lilanen hier, wo ich stehe. Okay. Machen wir für dich und wir schauen. Und nichts passiert. Alles klar, Kalle, ich wollte das machen. Entschuldigung, habe ich nicht. Wo fand du? Okay. Ich nehme. Nee, du bist dran. Ja? Oh nein. Grün und orange, beide gleich riskant. Ich gehe auf den Orangen hier. Hä? Oh, 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 oh. Oh, Polly? Hm? Knappes Ding. Ich sage es dir. Dann muss Odomann gleich wieder die Arschkarte ziehen. Geil. Eh, das ist ja übel unfair. Warte mal, wo ist der gelandet? Auch wieder da. Auch wieder da. Okay, stark, stark. Okay. Zieht, Jungs. So, Odomann. Ich zieh for you. Kalle, geh weg. Das will ich machen. Ja, ich mach das. Es passiert dir nichts. Oh mein Gott. Nichts passiert. Oh mein Gott. Einer ist genau auf den anderen auch wieder drauf gelandet. Oh mein Gott. Guck mal, hier unten sind drei Charaktere. Das heißt, hier hat Safey mal drei Minuspunkte schon, wenn wir unten sind. Okay, okay, okay. Ganz schwierige Angelegenheit, Freunde. Ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Okay, ich nehme den hier raus. Ja, das war klug, Mann. Interesting, interesting. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Gibt es überhaupt noch welche, wo keiner rausfliegt? Ja, der hier. Okay, nice. Ich nehme den Lilanen, sollte es sein. Ja, der Lilane. Bitte. Den? Okay. Ja, kluge Angelegenheit. Kalle hat jetzt ein kleines Problem. Einer fliegt safe runter. Ich nehme den Orangenen. Ja. Und? Einen nur runter. Dann nehme ich den grünen hier, ist ja klar. Auch nur einen runter. Jungs. Odomann, bist du bereit für den letzten? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ah, die landen alle in der Mitte. Warte mal. Ich bin der Beste. Okay, okay, nur noch zwei Felder. Nur noch zwei Felder. Kalle, du bist. Alles geht. Jetzt könnte es schon klug sein, taktisch zu sein und nicht immer nur die wenigsten zu nehmen. Ich bin mir nicht sicher. Dann sei taktisch. Ja, guck mal, wie taktisch ich jetzt bin. Ich mache richtig kaputt. Ich nehme den Orangenen. Taktisch für den Arsch. Okay. Wieso, das war echt taktisch. Ich nehme den Lilanen für taktischen Modus. Ich habe einen in der Mitte rausgenommen. Den hier? Ja, den in der Mitte. Den Lilanen, wo ich bin. Okay, geil. Okay. Ich habe den Orangenen draufgenommen, weil das war doppelt, wo sie draufstehen. Jetzt muss einer gleich die Lilanen nehmen. Ah, okay, okay. Das war, okay, gut. Dann, äh, ich nehme den Grün auf Gefahr, dass Polly stirbt. Nee, nee, es stirbt nicht. Oh, nee. Okay, wir können natürlich ein bisschen predikten. Oh, oh, ich glaube, ich nehme sogar den Lilanen. Nein. Hör auf, das ist meiner. Das ist der Lilanen. Ich muss den nehmen. Es wird nur einer runterfallen, glaube ich. Komplett. Wenn maximal zwei. Aber hier. Oh, hier. Fallen vielleicht beide raus. Oh, fallen auch beide runter. Also muss ich die Lilanen nehmen. Bitte nicht. Einer. Einer nur. Ehrenlos. Es ist einer runtergefallen. Oh mein Gott, ich habe gedribbelt. Warte, ich schaue einmal nach. Oh, ich kann wieder, ich kann. Ach, beide, Mann. Beide runtergefallen. Okay, 0, 1, 2 sind die Punkte bis jetzt. Aber jetzt kommt es in die Endrunde. Kalle, tu es. Okay, ich nehme den Orangen. Wir müssen aber zwei Runden machen, Freunde. Weil Odemann hat gerade den Nachteil, dass er letzter ist. Das müssen wir auch mit einberechnen. Das ist Odemann gleich erster. Ich bin wieder zweiter. Kalle ist dein letzter, sozusagen. Okay. Du bist. Nee. Ich bin, hast du einen gezogen, oder was? Ja, den Orangen, der hier war. Wer ist nach mir? Ah, ich bin, ich bin. Warte, ich mache was riskantes. Oh. Ich dachte, einer fällt runter, aber nicht. Sehr gut, sehr gut. Okay. Odemann, jetzt kannst du wieder mehr. Was mache ich denn jetzt, Junge? Ich kann nur, dass einer runterfällt. Ja. Ich ziehe. Wobei, es ist all about the money, sag ich dir. So ist es hier. Ach, Digga. Es war nur einer, das ist gut. Okay. Ich bin minus drei. Ich bin, ne? Ja, ich glaube, Kalle hat gewonnen. Niemand fällt runter. Ich habe gewonnen. Ich bin halt nicht gecheckt. Polly fällt runter und den Rest ist Kalle, Odemann. Ihr seid ehrenlos. Ihr seid ehrenlos, wirklich. Aber ich habe zwei runterfallen lassen. Kalle ein und Odemann den Rest, oder? Ich habe gar keinen. Ich habe tausend. Du hast gar keinen runterfallen lassen? Ich habe gar keinen. Nein, Kalle hat gar keinen. Null Minuspunkte für Kalle. Zwei für mich oder drei? Drei für mich. Und wie viel sind wir insgesamt? Stellt euch mal einen, damit ich zählen kann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwölf. Zwölf. Das heißt, Odemann, du hast... Neun. Neun Minuspunkte. Geh, Digga. Danke, wirklich. Ja, gut. Kuss, Jungs. Wir gehen in die zweite Runde. Jetzt ist Odemann erster dran. Da kann er auch nichts sagen. Let's go. Okay, Freunde. Wir haben hier eine Special-Runde. Es stehen einfach sechs Leute aufeinander. Was ist das denn, Digga? Geil. Okay, die sind mit dem Rift reingekommen, weil Kollision hat ein bisschen Faxen gemacht beim Teleportieren. Und einer ist schon wieder ganz unten. Ist es wieder Mohamed, der unten ist? Hä? Was für ein Zufall. Ah, ne, eben war es Polly, ne, glaube ich. Und es ist keiner runtergefallen. Das heißt, alle sind am Start, Jungs. Das wird eine richtig schwere Runde. Aber Odemann, du fängst auf jeden Fall an diesmal. Weißt du, was ich jetzt mache? Hä? Ich gehe mit. Warte. Mach nicht die leerenlosen. Du weißt, Kollision ist an. Die könnten alle runterfallen. Du hast direkt verloren. Mega. Machst du nicht kaputt. Ich nehme dir nur Racken. Tu es. Warum schreie ich eigentlich mal so? Oha. 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 Ey, die stapelt sich wieder. Oh, einer fällt runter. Warte mal. Haben wir zweimal denselben Affen? Drei. Drei. Wir haben drei Stück mit dem Affen-Skin. Hä, wie cool. Okay. Ich bin ja die goldene Mitte. Ich bin Zweiter. Dementsprechend mache ich auch den, Odemann. Tu es. Oha. Okay, nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Ich bin Letzter. Ich nehme den Orangenen, damit wir endlich vorankommen. Das war stark vorangekommen. Ich mache wieder welche weg. Mir egal. Ich war... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tut mir leid, Odemann. Aber ich habe für dich einen Wild... Du wolltest den auch machen, sei ehrlich. Ich wollte ihn machen, aber ich nehme jetzt den für dich. Okay. Den können wir wegmachen. Halle, wir machen ihn weg. Ah. So. Jetzt ist ich mir wieder dran, oder? Nee. Das darf man nicht sagen. Ich bin dran. Ich bin dran, glaube ich. Nee. Oh, du Mann ist dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Spaß. Okay, oder Mann? Okay. Äh. Ich nehme einfach nur Riss, nur Pfannen, den Orangenen. Okay. Ich nehme Riss, nur Pfannen, ich nehme den Lillanen. Ich bin dran, Karl. Entspann dich. Ich weiß, ich weiß. Entspann dich, Dicker. So. Entspann mich. Boots, Boots, Boots. Alter, ist untergefallen. Sehr gut. Jetzt sind die richtig gut verstreut, Freunde. Man kann immer einen Fehler machen, weil selbst wenn sie nur runterfallen, können sie auf den Köpfen von der Anna landen und dann wieder runterrutschen. Okay. Kalle. No risk, no fun. Ich nehme den Polystab. Ah. Boah, no risk, no fun, Karl. Das war so richtig hohes Risiko. Alter, so viel fun und no risk, Alter. Boah, Digga. Okay, ich nehme den Lillanen. Seid ihr ready, Jungs? Ja, ich bin ready. In der Sü. Ja, okay. Wild, wild, wild. Dann nehme ich den Polystab. Uuuh, dann sammeln sich jetzt alle, Digga. Okay, Kalle, tu es. Der fällt runter. Und? Auch noch einen runter. Ne, zwei runter sogar. So, Odomann. Ich bin dran. Jetzt sind wir alle auf null. Keiner hat Minuspunkte gesammelt. Ja. Wenn du so bleibst und ich mache zehn Minuspunkte, dann hast du sogar noch gewonnen. Dann habe ich gewonnen, ne? Okay, ich gehe aber trotzdem auf Risky Risk. Ich nehme den. Aber easy, easy. Stark, stark. Ich gehe auf full, full Risky Risk. Boom. Okay. Hier auch nur zwei. Okay. Ich nehme den Orangen. Das wird eine ähnliche Runde. Nur einer? Okay. Oh, du mal, was ist dein Plan? Jetzt wird schwierig. Dann nehme ich die Mitte. Jetzt zwei. Süd. Auch nochmal zwei. Okay. Boah, ich nehme den Lillanen auf kluge Basis. Yes. Ich nehme den Grün auf überbleibende Basis. Kann sein, dass er runterfällt? Ne, auch nicht. Okay. Schwierig. Jetzt die Mitte zuerst. Ich nehme den Grün hier. Ja. Oh, oh, oh. Zwei Stück runtergefallen. Boah, was nehme ich? Was nehme ich? Ich glaube, ich nehme den Lillanen hier. Oh. Hä? Okay. Ich nehme den Orangenen. Oha, Kalle, macht ernst? Einer fällt runter. Oh mein Gott. Aber auf letzte Stufe. Auf letzte Stufe. Okay. Sehr gut. Oh, ich glaube, ich nehme den Orangenen. Oh, der ist in der Mitte gewinnt. Das war knapp. Das war knapp. Ich nehme jetzt den Grün. Warte, ich muss kurz abrechnen. Zack, zack. Ich glaube, da fällt keiner runter. Ich nehme den Grün. Okay. Oh, yeah. Oh. Alles Lien. Alles noch gut. Okay, okay. Keiner runter. Das ist meine vorletzten Dings, Freunde. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Ich nehme Lila. Komm schon. Oh. Okay, aber jetzt dürfen wir keine Kacke mehr bauen. Jetzt dürfen wir keine Kacke mehr bauen. Ich nehme den. Nein. Ich habe den gar nicht gesehen. Das war Closerino. Okay. Okay. Wenn wir das hinkriegen, dass alle unten landen, wäre wild. Das wäre mega Zufall. Ja, okay, okay, okay. Ich mache jetzt den Kalle und nehme den, wo keiner runterfällt. Oh, nein. Jetzt habe ich es euch gehabt. Ich muss den Orangenen nehmen. Da werden welche runterfallen, aber nicht so viele. Keiner. Oh, mein Gott. Kalle wird so fett Minus machen. Oh, mein Gott. Da sind fünf Leute drauf. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wie viele man es? Drei, ne? Ne, zwei sind runtergefallen. Nur zwei? Das sah voll viel aus. Zwei waren drei oder nicht? Ah, einer steht unten. Also drei. Es waren drei. Ah, okay, 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 okay. Oder man? Ja, ich muss überlegen, Bro. Ski. Mhm. Auf was gehe ich? Hier ist halt Save-Areno. Und dann nehme ich den Save-Areno und nehme den Ligweiler grün. Du hast schon dick Minuspunkte. Du musst echt aufholen. Deswegen. Da wäre ich auch auf deiner Dings. Ich nehme den hier. Okay. Wild. Okay. Okay. Boah, einer wird so hart miese machen. Ich schwöre. Gerade bin ich noch im Mittelfeld, Freunde. Ich nehme den. Ich habe einen Minus gemacht. Jetzt habe ich gesagt Minus vier. Minus vier. So, André. Ich glaube, wenn ich diesen grünen jetzt rausziehe, passiert nichts. Nee, auch nö. Ich bin bei Minus elf. Okay, Minus elf. Ich habe Minus drei. Wenn ich jetzt nur zwei runterhau. Obwohl, ich glaube, Kalle ist sowieso Zweiter. Egal, was ich mache. Ich bin sowieso Zweiter. Zwei weg. Ich habe Minus sechs. Kalle hat Minus vier. Zieht vier runter. Das heißt, er hat Minus zehn. Minus acht. Äh, Minus acht. Hier plus vier ist acht. Freunde, ich sage immer wieder, zum Glück kann ich YouTube machen. Ich wäre viel zu dumm für den normalen Job. Ich schwöre, ja. Okay, das heißt, erster, Kalle Zweiter oder mein Dritter. Wir gehen in den Fight. Let's go. Ich würde sagen, wir fetzen uns sogar hier auf der Map. Die ist geil. Wer bist du? Hawkeye. 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 Du bist ein wilder Typ. Hawkeye. Hawkeye. Ich bin Hawkeye. Okay, Freunde. Ich habe Hawkeye. Wir müssen heute gegen Hawkeye und Pirates spielen. Wir haben fünf Leben. Wir legen los. Ja, muck nicht. Lack mal Schuh, Junge. Ich habe dich markiert in deinem Gesicht. Na, egal. Ich glaube, ich kann mit den Waffen, die ich mir gewählt habe, kann ich gar nichts kriegen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich mehr in den Start machen. Was geht, Polly? Okay, guck jetzt. In meinen Kopf, Junge. Der war krank, Digga. Ich komme nicht so hoch. Der war sehr nix wegen Kalle. Das leuchtet, wenn er auf mich zählt. Guck mal, was er hier macht. Guck mal, was er hier macht. Ja. Ich glaube, ich habe mich gerade selbst gekillt, oder? Ich weiß nicht, ich glaube. Jetzt. Junge, komm mal runter von deinem Hohenrost. Ich stehe nebenbei, und schieße auf mich. Ich mache den, Digga, wie viel Team wollt ihr machen? Ich habe ihn noch mal nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ne? Nein. Kalle tot, alles gut. Zack, Kombination. Zack, ich bleibe unten. Witz. Witz, du kriegst wieder einen Headshot, pass auf. Ratet mal, wer jetzt von unten runterfliegt und mich von hinten gilt? Kalle. Let's go! Nein, Spaß! Er sagt, nein, Spaß, schieß mir 100 HP weg. André! Hä? Aua! Digga, die Piste ist unermal wild. Warte kurz, unermal. Ich weiß, du bist da. Junge, er schießt dich von rechts an, du Dummkopf. Wo schießt du? Ja, er wollte auf mich schießen, oder nicht? Wen habe ich da markiert? Mich nicht! Ich glaube, ich habe Polly... Ey, Polly hat mich, Dings, gedistracted, Digga! Ich habe ihn markiert und angeschossen, aber es war gar keiner von denen. Okay, egal. Hier stehen beide nicht im Antrieb und jetzt nicht so, wohin, ey? Ja, ja, Polly, ich habe ihn markiert, aber ich wusste nicht... Guck schon wieder. Er ist 31er-Modus. Junge, Odovan, hast du auf einmal Aimbot an, oder was, Digga? Hatte ich schon immer. Ich dachte, ich habe mein letztes Leben schon. Ja, Odovan exposed, Freunde. Weiter auf YouTube. Alle mit seiner Pipi-Pistole, Digga. Warte mal, macht diese Kackwaffe keinen Schaden, oder muss man perfekt ins Gesicht schießen damit? Man muss perfekt ins Gesicht schießen. Ja, ich helfe dir. Mein Bild war dumm, Freunde, was soll ich machen? Ich wollte es cool machen, aber ja, ich war doch nicht so cool, wie ich dachte. Hattest du nicht fünf Leben? Ja, die sind alle weg, weil immer, wenn ich runtergefallen bin, haben zwei Leute auf mich geschossen. Er nimmt diese Waffe und sagt, Trollbild, damit lasert man 100 HP in zwei Sekunden weg. Ich frage mich, warum ich so viel Schaden bekomme. Die hat sogar Auto-Aim, Digga. Und du verlierst doch noch immer, okay. Rippt Kalle in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao. Dieser Tanz. Ich mach den auch. Ich hab den nicht. Du hast auch nur einen im Motto.